Scotty sagt nein. Was sagt Scotty nein? Was heißt nein? Was heißt denn nein? Was heißt denn nein? Nein. Nein. Ich sag auch nein. So ihr Lieben, wir sind mal wieder zurück an meinem Lieblingsspot, das habt ihr im letzten Video schon gesehen. Und ihr kennt bestimmt auch die Stelle. Hier habe ich vor einiger Zeit mal gesagt, hier kann ich noch 20 Jahre lang fischen, die wird nie leer. Ja, dann kam da die Mörsergranate und demzufolge mussten wir dann doch aufhören. Wir werden mal gleich anfangen hier. Wir haben alles dabei. Scotty bereitet schon alles vor. Niklas ist auch wieder mit dabei. Wir kriegen noch ein bisschen Besuch heute. Nils kommt höchstwahrscheinlich auch noch rum. Wir haben wieder alle Magneten vom Magnetar dabei. Alles hier unten eingeblendet. Und jo, jetzt bauen wir die Unterwasserkamera auf und dann legen wir los. So, erster Wurf mit der Kamera. Eins, zwei, drei, hepp. Weiß ich, dass das hier ein Magazin ist. So. Und das könnte auf jeden Fall das Magazin sein von der Pistole, die wir neulich gefunden haben. Und das mit dem kleinen süßen Magneten hier. Ey, das ist ein Auer. Das gucken wir uns mal genauer an hier. Und dein Röhrchen? Ist das wirklich nur ein Röhrchen? Ja, vom Gewicht her ist das nur ein Röhrchen. Nee, guck mal. Ey, hier. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ne Hülse. Ja, ganz schön schnell. Ja gut, Rost und so. Rost und so. Machen wir auch sauber, okay? Geputzt. Gucken wir uns an. Scotty sagt nein. Was sagt Scotty nein? Was heißt nein? Ich lasse dir an. Was heißt denn nein? Ich lasse dir doch an. Nein. Nein. Ich sag auch nein. Sagt Niklas auch noch nein? Komm Niklas, sag mal nein. Nein. Okay, nein. Weg vom Körper drehen. Ja, mach das heißen. Ach man, das kann doch nicht sein. Ach man, das kann doch nicht sein. Guck mal her. Ist die schwer? Die ist richtig schwer. Ei, ei, ei. Anzeichen auf einen Ptw? Nee, leider kein Anzeichen auf einen Ptw. Kann der Ptw überhaupt sein? Na klar. Guck, das ist der groß. Der sieht mir ziemlich unheimlich zu groß aus. Ich weiß nicht, wie groß der Ptw ist. Das ist schon ein heftiges Teil auf jeden Fall. Nee, das ist nur hübsche Sonne drauf. Kein Ptw. Gut, dann freut sich nachher die Polizei mal wieder. Gut, ist wieder schwer. Und was ist da noch dran? Ein volles Päckchen. Katerklingen. Gut. Drehen einen Anhänger da mit. Das sieht ja lustig aus. Hihihi. Irgendeine Kinderfehler hier. Schön als Beifang. Dann krieg ich die mal wieder ab hier erstmal. Alter, komm mal. Los, geh ab jetzt hier. Hast du ein Fahrrad? Ich zerpflück gerade eins. Ja, zerpflücken ist doof. Rausholen es besser. Komm jetzt her hier. So. Jetzt. Na ja, wo es nachher kann es auch mal im Wasser geben, aber die sollen gar nicht wirklich haben. Ja, ist egal. Jetzt sitzen sie sich richtig ganz super. Deine ja noch nicht. Deine kannst du vielleicht abdrehen. Oh, guck mal. Noch ein Freund. Kollege, du musst hoch und nicht runter. Jetzt weiß ich mal die Sachen nicht schnurig. Oh, der ist ja süß. Der ist ja ein niedlicher kleiner Krebs. Bisschen, aber zu klein. Lass mal, der kommt da nicht hoch. Lass mal, ich würde ihn wieder freilassen. Ich würde das Aquarium mitnehmen? Der ist zu klein für Tobi. Tobi braucht große Freunde. Okay, na dann. Tschüss, amigo. Hui. Lass. Jetzt hört auf. Puh. Boah. Das ist krass. Puh. Du? Ein Stück rüber, komm hier. Wie? Ja, ich muss einfach ein Stück rüber. Genau deswegen wollte ich rüberkommen. Wow. Nein, das ist gleichgewicht verloren. Finger weg. Ich mach das. Oh, fünf Euro von Schuhen. Danke schön. Danke schön. Ich muss aufpassen, dass du meine Finger nicht eingeklemmst dabei. Ich muss erst mal ein Stück weg. Da ist die Kante. Jetzt. Eins ist rüber. Das ist genau. Ah, scheiße. Ja, die wissen, wie wir mithilfen. Ja. Soll mal hinten hochfliegen. Das Pedal kriegen. Noch ein bisschen noch. Da ist immer noch das Pedal. Ja. Ja, wissen wir. Und jetzt. Oh, mein Rücken. Drei. Zwei. Kannst hier so rüberkippen. I. Jetzt kommt er. Raus ist er. Einfach ablaufen in den Zettel. Hallib. Kannst den Klingkram drin machen. Sie ist ja aber nicht. Schau mal hier, was da dran hängt. Das ist richtig festgerostet, das kleines, hübsches Silberkärtchen. Siehst du es hier? Ja, ja, siehst du. Ist die magnetisch? Nee. Die ist nur festgerostet. Hier, ist die magnetisch. Ist echt Silber. Jetzt da kommt es. Siehst du es? und richtig gemein hier heutzutage rundwand ja der tresor wäre cool habe ich doch ganz schon gesagt in sehr Sehr, sehr dicker. Warte mal. Ich glaube wir brauchen noch einen dritten. Ja, einen dritten. Ganz vorne liegt mein Barbarian. Ja. Dann hältst du ihn mal kurz mit oder willst du ihn noch mal ablassen? Ähm, du kannst ihn einfach hier rüber, weil jetzt brauche ich nicht so viel Kraft. Jo, ganz ganz vorne. Aber meiner löst sich schon fast, mein Mangel. Ja, meine Doktor. Scheiße. Jetzt ist es alle hart. Kuschelei. So, warte, ich mach erst den ersten ab. Dann laden wir jemanden weg. Was auch gut geht, ist aufs Seil treten. Warte, er läuft, er läuft, er läuft. Das ist gut. Sehr gut. Wurde es leichter. Wenn ihr hier so überkant nehmt, ist es leichter. Also jetzt reicht eine Hand aus. So. Fast. Okay, wir werden es versuchen müssen. Eins, zwei, drei, hoch. Lass mal herlaufen. Lass mal mal ein bisschen hoch. Läuft jetzt wieder was? Ja, dann läuft es. Ja, gerade eben hat sich gedreht leider. Okay, wir ziehen. Drei, zwei, eins. 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 Drei, zwei, eins. Pass auf, der Barbarian geht gleich ab. Warte kurz. Ich muss mal rüber gehen. Sonst kommen wir ja nie an denen vorbei. Nicht gut. Wir haben ihn. Wir gehen jetzt aber relativ schnell, oder? Ja, vier Magneten ist ja eine Menge. Wenn wir nur noch auslaufen lassen, dann kommt noch ein bisschen was. Und? Richtig Gold. Richtig Gold. Gold des Wassers, wa? Wer möchte den ersten? Hat nichts drin, oder? Alle. Du hast einen Eimer. Ich hatte einen Eimer. Da ist er wieder. Da ist er. Da ist er wieder. Na, die Eimer verloren hatten letztes Mal. Letztes Mal haben wir den Eimer verloren? Ja, der weggeflogen ist. Kannst dich nicht in den Sinn? Hervorragend. Können wir ihn auch brauchen. Mit Wasser bitte gleich. Soll ich den Haken holen? Ja. Wäre wahrscheinlich besser. So, so kleben bleiben. Der Magnet. Den anderen. Soll ich meinen abziehen und du machst? Nee, nee, alles gut. Warum machst du ihn denn nicht? Genau, das meine ich. Mist. Mein Kappengut, denke ich mal. Ja. Doch, guck mal. Das schon liegt auf dem Magneten oben drauf. Genau. Den Schloch hatte ich vorhin auch. Sehr cool. 3.000 Likes mehr. Ui, jetzt kommt's. Auf! Au! 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 ist es schwer endlich raus so gemein kampfmesser ist kein bar jung du bist aber auch wirklich ein glück des anfängers war ja aber brauchst du nicht viel putzen kampfmesser zum glück nicht altet wieder eins geht los heute hier so leute das war's dann mit dem heutigen video wir sind fertig dann mag es nach etwas mehr zeit dann doch endlich geborgen jetzt und das echt spaß auf der tag auch vielen dank an die leute die am youtube live stream und auch eventuell sogar im tick live stream dabei waren waren echt echt geile streams hat uns echt spaß gemacht naja aber sonst hatten wir echt echt coole funde mega cool hat es echt spaß gemacht wenn es euch gefallen hat lasst ein like und abo da aktiviert die glocke schaut doch gern bei tik tok instagram und auch gerne twitch vorbei das auch gern abo da instagram und tik tok kommen ab und zu mal ein paar videos und bilder von den tagen online bevor das video überhaupt online ist das heißt ihr könnt ein bisschen gucken bevor das video rauskommt was passiert im video würde uns freuen gerne unser letztes video an würde uns auch sehr freuen und wir uns dann hoffentlich im nächsten video oder live stream bis dann bis dann